Strategie ohne Taktik ist der langsamste Weg zum Ziel. Taktik ohne Strategie ist der Lärm vor der Niederlage. Zu und zu heute der Impuls der Woche und damit herzlich willkommen zum Impuls der Woche. Jede Woche gibt es einen Impuls, ein Zitat, ein Buchtitel, was mich persönlich sehr inspiriert hat und das ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Ja, den Spruch muss man sich nochmal ganz kurz so langsam vor Augen führen. Strategie ohne Taktik ist der langsamste Weg zum Ziel. Das ist so ein bisschen das Beratersyndrom, also tausend Folien malen, aber nicht ins Handeln kommen. Achten Sie mal drauf, wie viele Key Account Manager sterben heute aus dem analytischen Tod. Also nochmal was analysieren, noch etwas mehr in den Key Account Plan aufnehmen, noch mehr über den Kunden erfahren. Wir analysieren uns zu Tode und manchmal habe ich so den Eindruck, wir verstecken uns sogar hinter der Analyse. Also wir haben eine ganz coole Strategie und dann gibt es so einen anderen Spruch von, ich glaube von Dirk Kreuter, wer der Original-Autor ist, weiß ich gar nicht. Während die Intelligenten noch über ihre Strategie nachdenken, haben die Dummen oder Naiven bereits die Burg gestürmt. So und sich das mal zu vergegenwärtigen. Also sind Sie so einer, der plötzlich noch mehr analysiert und nicht ins Handeln kommt? Oder das Gegenteil, das ist ja genauso gefährlich. Achten Sie mal drauf. Taktik ohne Strategie ist der Lärm vor der Niederlage. Was ist das? So dieses wieder, wir machen mal viel. Wir machen, also wir machen mal einen Kundentermin, stellen wir unsere Produkte vor. Ja, dann machen wir eine Bemusterung und dann schicken wir denen mal ein Angebot und dann fassen wir mal nach. Und merken Sie was, das sind ja alles, das sind Maßnahmen. Das ist taktisch, das ist total cool. Stelle ich gar nicht in Frage. Nur die Frage ist, ändert das wirklich etwas daran, dass der Kunde plötzlich eine Kaufentscheidung trifft? Wird der Kunde plötzlich den etablierten Lieferanten rausschmeißen und jetzt zu Ihnen wechseln? Weil Sie das Angebot, ein Produkt vorgestellt haben, eine Bemusterung durchgeführt haben, ein Angebot erstellt haben, nochmal nachgepasst haben. Reicht das aus? Und in Key Account, Menschen mit Seminaren arbeiten wir sehr stark ja auch. Hast du eine Strategie? Und eine gute Strategie beinhaltet für mich immer eine Antwort auf die Frage, warum sollte Ihr Kunde dann wirklich auch eine Kaufentscheidung in Ihrem Sinne treffen? Ein Weil, ja. Also wir brauchen beides. Also, Impuls der Woche, sind Sie jemand, der sich analytisch verliert und vielleicht dahinter sogar versteckt und den Wow Key Account Plan erstellt, aber nicht ins Handeln kommt? Oder sind Sie eher der, böse ausgedrückt, wenig nachdenken, einfach machen, Schlagzahl, tun, 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 tun und irgendwie wird schon hoffentlich was bei rauskommen. Strategie ohne Taktik ist der langsamste Weg zum Ziel. Taktik ohne Strategie ist der Lärm vor der Niederlage. Zu und zu meinem Impuls der Woche. Bleiben Sie erfolgreich. Bis demnächst. Ihr Hartmut Sieg.